Hallo Freunde der Computer-Animationen, ganz kurz in Englisch. Wir schauen uns heute die sogenannten UV-Koordinaten an. Und zwar ist es ein Thema, was viele Leute überhaupt nicht anspricht, weil es nämlich eigentlich abstrakt ist, aber dann plötzlich so konkret wird. Deswegen gibt es richtige Spezialisten, die extrem gern genau in diesen Dimensionen von UV-Texturierung denken. Worum geht es? Dazu nehmt doch bitte mal eine normale kleine Fläche. Drückt die Taste F, damit sie etwas näher kommt, geht hier im Attributeditor, der ist eventuell hier an der Seite noch eingeklappt, zu Polyplane und macht die Zwischendinger, Zwischenunterteilungen auf 1. Das heißt, wir haben eine ganz primitive Fläche. So, wenn wir jetzt im Animationsmenü, im Renderingmenü sind, dann gibt es, mich wundert es ein bisschen, dass das so versteckt ist und bei, ausgerechnet bei Rendering, na, passt schon. Dann geht ihr zu Texturing und da findet ihr das 3D-Paint-Tool. Wir malen nämlich jetzt direkt auf diese Fläche drauf. Und dazu bitte hier klicken, damit uns dieses Fenster begleitet, dieses hier nämlich. Ihr habt wahrscheinlich andere Farben hier, denn ich habe schon ein bisschen rumgespielt und ihr habt vielleicht auch hier was anderes eingestellt. Alles nicht so tragisch. Wichtig ist, wenn ihr mit der Maus jetzt über diese Fläche geht, also hier passiert gar nichts, aber sobald ihr diese Fläche erreicht, dann gibt es ein X, das heißt, ihr könnt nicht drauf malen. Und ich glaube, da unten steht auch eine Fehlermeldung. Das ist kein richtiger Fehler. Wir müssen erst sozusagen eine Grund-UV-Textur da drauf tun. Also ein Mapping drauf tun. Wir müssen eine Landkarte drauf erstellen, damit ihr überhaupt weiß, was so ein Strich dann bedeuten soll. Assign Textures. Und dann fragt ihr, wie groß soll das Ding sein? Ja, das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Warum und wieso? Ich habe hier PNG ausgewählt, später mal in Photoshop oder dergleichen zu verwenden. Ich habe es auch ein bisschen größer gemacht als Standard. Ich glaube, 256 ist hier angeklickt. Es ist immer quadratisch und dann kannst du Apply drücken und dann geht die Sache hier los. Ich empfehle mal einfach drauf los zum Malen, aber sucht euch hier eine Kesse Farbe aus. Ich habe ein Orange und das die Größe des Pinsels. Und wenn ich jetzt hier so drauf male, dann entstehen eben diese Striche. Wenn ich hier eine andere Farbe auswähle, zum Beispiel ein Grün und das etwas dunkler mache, dann wird es halt in Grün erscheinen. Und ganz wichtig, das betrifft viele Gebiete von Maya, immer wenn so ein Pinsel vorkommt. Mit dem Pinsel kann man auch Bäume malen und Gras malen in den Paint Effects. Dann achtet mal drauf, die Taste B, Brush, also Pinsel, im Auge zu behalten. Ich drücke jetzt und halte gedrückt das B und dann ändert sich der Malpinsel, dieser Kreis. In der Mitte bekommt er so zwei Pfeile. Und jetzt kann ich mit der linken Maustaste den Pinsel klein machen oder groß machen. Ja, ich mache ihn in dem Fall mal klein und male dann eben wieder klein da drauf. So, jetzt machen wir dieses mal ein bisschen kleiner, dieses Fenster. Das ist also auf die Oberfläche aufgetragen. Warum heißt es jetzt UV? Und zwar gehe ich dazu in, weg von Rendering zu Modeling. Das ist das, was mir eigentlich ein bisschen komisch vorkommt, denn wir modellieren ja nicht. Es geht ums Bild machen, ums Rendern, aber trotzdem findet sich nur beim Modeling dieses Menü UV hier. Das sind die UV-Koordinaten und hier ist der UV-Editor der oberste Eintrag. Und da seht ihr jetzt ein krasses Bild, nämlich das hier. Und da könnt ihr rein und raus zoomen. Ich glaube auch die Taste F geht auch. Und da seht ihr das Bild, was wir hier unten drauf gemalt haben. Das heißt, wenn ihr hier weiter drauf malt, dann entstehen hier neue Striche. Nicht unbedingt an derselben Stelle, aber ungefähr hier. So, das ist klar. Wir haben hier ein quadratisches Bild und wir haben hier ein quadratisches Objekt. Ziehen wir dieses Objekt mal ein bisschen länger. So. Dann dehnt sich diese ganze Textur, denn die ist hier sozusagen quadratisch gemalt. und die bleibt auch so. Gut. Wir werden dieses Objekt mal löschen. und setzen ein neues Objekt rein, nämlich dieses hier. Das ist ein, wie nennt sich das? Das ist eigentlich ein Zylinder, oder? Ein Ring. Und jetzt schaut euch mal an, wie der diese Textur, die wir gerade gemalt haben, hier aufbringt. Das ist also ganz nett, wie dieser grüne Strich, welcher auch immer der von denen hier ist, hier so sanft über diese Kante drüber geht. Oder wie dieses Rot, dieses Orange hier sich runter schiebt. Und hier funktioniert eigentlich auch alles. Hier ist eine Kante, die ist vermutlich die hier. Und jetzt merkt ihr schon, man muss anfangen, abstrakt zu denken, wenn man diese Karte hier da drauf mappt. Also das sind die UV-Koordinaten, U und V. Ich glaube, U und V. Diese Achse ist immer quadratisch. Das ist der Bereich, in dem man hier arbeitet. Und das Ding klebt nun Maya auf eine mehr oder weniger intelligente Weise auf dieses 3D-Objekt drauf. Vorhin bei der Fläche haben wir genau dasselbe gesehen, was wir hier sehen. Jetzt ist es aber was ganz anderes. Und um zum Beispiel sich darüber im Klaren zu sein, wo diese Stelle hier ist, müsste man etwas tiefer eingreifen. Und ich zeige es euch mal gerade. Ihr geht rechte Maustaste zu UV. Das sind die UV-Koordinaten. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was eigentlich hier los ist, an dem hier. Ich habe nur das hier ausgewählt, nochmal auf der anderen Seite zur Sicherheit gucken, dass ich nicht mehr ausgewählt habe. Dieser Punkt hier, der entspricht jetzt hier im UV-Editor genau dem hier. Gehe ich mal ein bisschen näher hin. Das ist der hier. Wenn ich an dem hier mich bewege, seht ihr, wie die Textur auf dem Ring anders angeordnet wird. Die verschiebt sich plötzlich. Und man sollte bei diesen Veränderungen, wie ich sie jetzt gerade vornehme, nicht Überlappungen machen. Also man sollte nicht, seht ihr hier wie rechts hier was reingezogen wird, solche Dinge sollte man nicht machen, weil es nämlich dann alles durcheinander gerät. Eine Textur sollte sauber sein und eben nicht solche Sachen aufweisen. Dass er hier rechts und links anpackt, liegt daran, weil es eben unser rechter und linker Punkt ist derselbe. Das ist ein Punkt, der hier und der hier entspricht diesem hier in dem 3D-Objekt. So, jetzt noch bevor wir diesen Zylinder verlassen, gehe ich in rechte Maustasse Object Mode und gehe nochmal zu UV. Und was er gemacht hat, ohne dass es uns gefragt hat, ist eine automatische Aufbringung der UV-Textur von dem rechten Quadrat auf den Ring. Wir nehmen mal zum Beispiel Spherical. Das wäre völlig daneben, aber nur um zu sehen, dass es völlig anders aussieht. Das heißt, er klebt jetzt dieses Bild kugelförmig um diesen Ring herum. Und dann kriegen wir ein völliges Chaos. Und genau davon handelt das Texturieren in 3D. Man hat eine Grafik, die flächig ist, zum Beispiel ein Logo, was man aufgenommen hat und dann auf ein Raumschiff draufkleben will. Und da muss man sich genau überlegen, wie man das draufklebt. Und wenn man jetzt eben an bestimmten Stellen hier, UV wieder, etwas verändert, dann zieht man diese Sachen zurecht. Und dann kann man ganz bestimmte, wenn jetzt angenommen, dass hier dieser Bereich ein Logo wäre, könnte ich das so hinziehen, dass das Logo genau diese Fläche füllt. Ich kann hier in dem UV-Editor nur die UV-Koordinaten ändern. Das heißt, die Beziehung zwischen dem Bild und des 3D-Objekts. Ich kann aber hier drin nicht malen. Malen kann ich da drauf. So, jetzt machen wir eine neue Szene und kommen auch gleich zum Schluss. Lassen ruhig mal den UV-Editor offen. Und jetzt geht es zu Windows, General Editors und zu dem neuen Content Browser. Und im Content Browser findet ihr, wenn ihr es nicht findet, es gibt ein Tutorial früher von mir, wie ihr sie findet, findet man eben Examples, Beispiele. Und ich gehe mal in den Ordner Animation und dann Motion Capture. Und da drin habe ich jetzt ein Ding, das nennt sich HIK Motion Capture Examples und HIK Examples. Und da drin nehme ich mal den Gremlin. Wahrscheinlich könnt ihr auch irgendeins der anderen nehmen. Ich habe jetzt mal den Gremlin vor, weil der eine ganz interessante Textur hat. Hier muss ich die mittlere Maustaste bemühen und ich ziehe den einfach in die Szene rein. Und dann hoffe ich, dass er da auch ankommt. Nein, noch nicht. Also nochmal. So, jetzt aber. Jetzt ist der Gremlin da, kann den Content Browser wieder schließen. Und er erscheint riesengroß. Das spielt jetzt keine Rolle. Wenn ich im Outliner mal angucke, woraus er besteht, das ist sein Skelett. Es ist teilweise in seinem Körper. Deswegen sehe ich hier nur die Kontrollpunkte an den Händen und an den Füßen. Und das ist sein Körper. Und das sind seine Schuhe. Das heißt, modelliert wurde das Ganze aus zwei Objekten. Das ist das eine und die Schuhe sind das andere Objekt. Hat man einfach dupliziert und dann zu einer Shell zusammengesetzt. Und wenn ihr euch hier jetzt mal anguckt, was der UV-Textureditor zeigt, dann sieht man diese Bilder, die ihr vielleicht irgendwoher kennt, die so verzerrt aussehen. Das ist das Gesicht, die Textur für das Gesicht von unserem Gremlin. Und wenn wir jetzt hier mal die Texturierung anklicken, dann sehen wir, die ist eigentlich ziemlich fein gemalt. Ja, man kann so den Eindruck haben, die Hände, die Unterarme sind genauso dunkel wie die Beine und der Körper selber ist ein bisschen weniger gebräunt. Und hier hat man etwas dunklere Stellen und die Lippen sind quasi auch gemalt, aber eben auch nur dunkler und nicht rot und so weiter. Es ist einfach ein fremdes Wesen. Und wenn wir näher rangehen, und das sollte man in einem Computerspiel nur bei bestimmten Figuren dürfen, dann müsste man sich bei bestimmten Figuren, wo man näher rangeht, hier drum kümmern, dass hier einiges repariert wird. Denn hier ziehen sich so Sachen in die Länge, die Textur, die sicherlich ganz einfach gemalt ist und eher perlig ist. Es hat nie solche Schlieren wie hier. Und genau das ist das Thema, was man sich mit der Texturierung aufheizt, mit den UV-Texturen. Und hier zum Beispiel, also ganz problematisch, man möge sich diesen Charakter nie von unten so genau ansehen. Aber so sieht er eben ganz gut aus. Und wenn ich ihn hier auswähle, dann bekomme ich diese Meeren-Shells. Die Texturierung, da ist es völlig egal, wie viele einzelne Bildteile man da drauf klebt. Man kann die in Photoshop malen und so weiter. Man muss nur wissen, wie sie dann drauf gemappt werden, also wie dieses UV-Mapping passiert. Und ich nehme hier nochmal zum Abschluss ein paar UV-Punkte. Das sind eben jetzt in dem Fall genau die hier unten bei ihm. Und wenn ich die hier im UV-Editor runterziehe, dann verändert sich hier an der Textur einiges. Gehe mal etwas näher ran. Dann verschiebe ich diese Fläche. Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Ich will es eigentlich nicht. Man müsste hier einfach eine höhere Auflösung erzeugen. Oder diese Punkte etwas anders im Verhältnis zu der UV-Grafik arrangieren. Ich hoffe, das gibt euch einen kleinen Eindruck in die Komplexität davon. Und vielleicht habt ihr Lust, mal ein Bild zu malen. Eben dieses zum Beispiel hier. Und dann mal auf den Charakter drauf zu kleben. Und dann könnt ihr auf ihm weitermalen mit dem Paint-Tool. Und dann könnt ihr auf ihm weitermalen mit dem Bild. Und dann könnt ihr auf ihm weitermalen mit dem Bild. Und dann könnt ihr auf ihm weitermalen mit dem Bild. Und dann könnt ihr auf ihm weitermalen mit dem Bild. Und dann könnt ihr auf ihm weitermalen mit dem Bild. Und dann könnt ihr auf ihm weitermalen mit dem Bild. Und dann könnt ihr auf ihm weitermalen mit dem Bild. Und dann könnt ihr auf ihm weitermalen mit dem Bild.